Hi, ich bin's, die Carolina. Warum ich so stolz auf mich bin? So schön es das schaut. Eine Meerjungfrau zu sein, das war schon immer mein Traum, wirklich. Und wisst ihr, warum ich so stolz bin? Ich zeig's euch. Einen Moment. Ja genau, das hier, das ist ein Puzzle. Guck mal auf. 50 Teile. Und da steht was. Man braucht vier Jahre, bis es fertig ist. Boah, aber ich hab's trotzdem geschafft. Ich hab's mir gekauft und gepuzzelt und gepuzzelt und gepuzzelt. Und ich war erstaunt. Ich war nach vier Monaten, nach vier Monaten fertig. Da steht vier Jahre. Nein. Darum bin ich so stolz. Ich bat meinen Mann, dass er mir bitte dieses Bild einrahmt. Er hat einen Rahmen gekauft. Und dann hab ich auch noch Glitzersteile angeklebt. Es glitzert. Ach, so kann ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich es schon in vier Monaten geschafft hab. Unglaublich. So schön. Stimmt's? Musik. 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 Musik.